Mann, Corsa, das ist ja total unauffällig. Warum hat der denn? Das ist in your channel started recording. Das ist TS3. Wie als ob die scheiß Fahnen wehen, alle Fanfaren aufkommen und Böller gezündet werden, wenn du aufnimmst. Ja, ist doch so. Kind, was ist los mit dir? Alter, was hat der gegriffen? Keine Ahnung, Mann. Zu viel gesagt bestimmt. Es ist eigentlich immer noch diese Menschen, die Programme benutzen und hier fluten und so eine Scherze. Hier, Colm, kannst du das auch oder bist du dämlich dafür? Vor ein paar Tagen haben so ein paar Idioten ihren Channel, haben SA sich überall hier geholt und all die Channels gelöscht und alles. Aber sonst eigentlich nicht mehr. Das haben wir auch gemacht, das war ja... Also, das ist ja nichts Neues, nichts Besonderes. Ja, passiert hier jedes Mal. Die Blagen haben einfach keinen Stil mehr. Wir sind früh in Teamspeak reingegangen und wir haben die Admins so vollgelabert und so psychisch gefickt, dass gar nichts mehr ging. Und was ist heute? Hier, Holzkopf kommt ran. Macht hier einen auf Goofy und ist der Einzige, der das im Grunde genommen witzig findet. Wahrscheinlich hat da noch zwei, drei Homies versammelt oder irgendwie so eine Special Forces-Aufnahme, dass da gerade andere zuhören oder so eine Scheiße. Daher wird eh wieder U-Poll angemacht. Es wird sich einer gecallt, dann legt er sich ins Bett und dann träumt er von irgendwelchen anderen Sachen. Nur nicht von dem her. Na, solange wir dich auf dem TS haben, kann das ja nicht passieren. Solange ihr was habt? Solange wir dich auf dem TS haben, kann das ja nicht passieren. Ich war nur cool. Hallo? 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 Ich bin hier gerade nur auf Asyl. Tut mich hörden! In Asyl kriegst du keins. Das ist ja auch grandios, wenn so welche versuchen, mit ausländischem Akzent zu reden. Ach Gott, bitte, Quint, tu das nicht. Oh. Ne, das tut so weh. Jetzt reiß doch mal einen raus hier. Mach doch mal hier, komm, sag mal ein bisschen kreativ. Hau mal was raus hier. Äh... Weißt du auch, ich geb dir einen Leitfaden. Ähm, Rumgebrülle und Rungeschrei war mal. Die Zeiten sind vorbei. Das war, wo Teamstick gerade erfunden wurde. Dann diese Sachen wie Hurensohn, Opfer, Kunde. Was übrigens Kunde bedeutet, weiß ich bis heute noch nicht. Kunde. Das ist auch... Nein, nein, die sagen immer Kunde. Ich verstehe das nicht. Ich raff das nicht. Was ist denn Kunde? Können wir das einer erklären? Ihr seid doch die Jugend. Ihr hört das doch ständig. Was heißt das? Jugend. Keine Ahnung. Ich bin nicht mehr Jugend. Naja, auf jeden Fall, das ist out. Das heißt, du musst jetzt irgendwas bringen. Kennst du vielleicht irgendwelche Wortspiele oder irgendwelche Psycho-Tricks oder sonstige Scheiß? Ich glaube, kennt er nicht. Pass auf. Sag mal chinesische Chefchemiker. Nein, pass auf. Du bist Deutscher. Das heißt mit einem Akzent. Das hört man sofort raus, wenn du einen auf Türke, Araber, Bayer oder sonst was machst. Das ist auch nicht. Das können wir auch wieder. Das nehmen wir jetzt in unsere Truhe und packen die Truhe und das Kinderbett. Okay? Wunderbar. Versuch einfach was anderes. Kaser macht einen Offenzieher. Ja. Der muss einfach hier mal ein, wie sagt man, selbstbewusster. Sei mal ein bisschen selbstbewusster. Hau mal was raus. Was sind alle Österreicher so? Was sind Österreicher oder was? Geh ich mal von aus. Ich würde einiges erklären. Ja, weil er jetzt ein Ö im Namen hat. Oder wie kommst du auf Österreich? Na nö. Man kann schon ein bisschen was erkennen an seinem Nickname. Jupp. Das ist ne... MASSEL! Achso, diese... Voll das Rappenkreffen hier. Du machst halt L jetzt. MASSEL! Nein, Marcel! Boah, jetzt muss ich hier mit dem Saufen anfangen. Ja, Marcel. Alter, Mut und das gibt's für dir immer noch? Voll für Alkoholiker treffen. Was schwein die alle machen? Wie läuft's mit dem Zocker? Hä? Birdie! Was für ein Birdie? Hä? Wie der Golf? Ich ne, keine Ahnung. Ah, die Fresse, Proger. Proger? Hat der gerade Proger gesagt? Ja. Das ist nicht der Proger. Es gibt nur ein Proger. Switch mich bitte mal mit dir weg. Ich hab dir Rechte gegeben, Barker, ne? Wofür? Teamspeak. Warum? Ja, was weiß ich, damit du das ungezieferbandeln kannst. Wie, hast du mich gefragt, ob ich das überhaupt möchte? Ne. Oh, Marcel, Marcel, Marcel. Du machst einen bösen Fehler nach dem anderen. Es ist kein Wunder, dass ich permanent saufen muss. Wenn du auf dem Teamspeak bist. Weißt du, Mus, weißt du, was den Satz geil gemacht hat? Das Wort permanent. Hättest du jetzt irgendwie was anderes verwendet, was asozial gebraucht wird? Du hast permanent gesagt. Weißt du, das ist, das klingt so intelligent. Das ist wie Österreicher. Wenn die reden, das klingt so mega intelligent, weißt du? Aber es klingt intelligent, ja? Es klingt intelligent, ja. Das ist es. Marcel? Marcel? Wer ist denn hier Marcel, hä? Audio? Audio. Audio ist Marcel. Ja, ich mach dir deinen Kolbenlöt, der hier, Homie, der will was von dir. Helft dir doch mal. Das ist mir gerade eigentlich ziemlich egal, weil ich anders beschäftigt bin. Hey, Marcel, seht der Birdie was? Ja, was für ein Birdie, Alter. Seht der N1 Marine was? Scheiße. Was redet der? Oh, meine Waschmaschine ist fertig. Oder wieder da. Der fang aufs Waschmaschick? Wahrscheinlich. Der hat eine Waschmaschine im Zimmer, der nach. Nur bin ich hier schon wieder gelandet, ey. Marcel, du willst mich mal mit dir weg. Du weißt, wer ich bin. Was ist da los? Wenn du etwas möchtest, dann kannst du mich privat unten anschreiben. Schreib mir eine E-Mail oder hinterlässt mir eine Nachricht auf HQ. Aber ich hab jetzt keine Lust auf irgendwelche intimen Privatgespräche in einem externen Channel. Ich hab nämlich hier schon genug Privatgespräche. Ich werd immer von allem so schwul angegrabt, wenn ich mit denen allein im Channel bin. Ich weiß es nicht, ich hab das Problem nie. Ich mag keiner. Woher warst du, dass du in Mar bist? Ja, ich glaub ich langsam so. Wie bitte? Ich muss nur... Ich muss nur... Ey, ich bin nicht gelaufen. Woher warst du, dass du male bist? Fuck. Mutter, hast du das Rattengift dabei? Ähm, nein. Ich sei nur Birdie. Einige von Rattengiften, die hast du ungezieht am Channel. Ich sei nur Birdie. Willst du im Garten häusern? Die ist ich. Ich glaub, der hat das Gehirnwäsche gear. Oh mein Gott. Ich kenn die Stimme irgendwoher. Oh mein Gott, ey. DC! Ey! 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 Ja, da ist er wieder. Ey! Alter, ja. Klo-Spricher. Auch noch da? Ey! DC! Ey, sag mal Muse. Wäschst du deine Buchsen und Socken auch mit Weichspüler? Ey, wieso nicht? Alle direkt rein. Ja, aber hallo. Ja, die Buchsen auch, Alter? Ich weiß ja nicht, weil ich hab das jetzt gemacht mit Weichspüler. Das ist Zeit sparen. Alles einfach rein. Außerdem sparst du dabei noch Geld. Wenn du Weichspüler mit reinschüttest, sparst du Geld. Dann hast du Lackgesache. Ja, wenn du dann, dann musst du das ganze andere Zeug kriegen. Weichspüler ist der teuerste Scheiß, Alter. Und er mit rein, dann sparst du Geld. Ist doch egal. Dann holst du das andere nicht mehr. DC! Also, nur mit Weichspüler, sagst du? Ja, natürlich. Nur mit Weichspüler. Du bist du wie ein Fluffy, Alter. Ich glaub, der Marcel hat so Gehirnwäsche gerbe. Ich glaub, die hat so ein bisschen mit einmal nass schön durchgeschüttet. Nein, Alter. Die Buchse muss kratzen, sodass du die jedes Mal ans Schwanz packst und die Hühner das sehen und denken, dass du so einen riesen Kolben in der Hose hast. Audio! Ich muss mal mit dir reden. Ja, hast du eh schon gehört, dann schreib mich unten an. Na, Mann! Ich bin okay. Kurbi, sei doch mal so frei und sagst uns allen mal, was du hast. Hört sich genauso an wie F***-Me-I'm-Fame. Wart, 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 wart. Ich sag da was noch. Ich... Ja, ich ruf dich gleich am Handy an, wenn du mich nicht wegswitchst, falls du die gleiche Nummer wie vor einem Jahr hast. Ihr habt mich gar keine Nummer. Was wollt ihr mit meiner Handynummer? Hier hat keiner von euch Schwein meine Handynummer. Echt? Doch. Ähm, doch. Ich hab die. Die steht im internen Bereich. Hey, DC! Wie hat unser Clan Koste? Keine Ahnung, Alter. Also, wie muss ich das jetzt verstehen hier? Äh, DC gehört zum Kolben, oder was? Er hat seinen Nickname aus Extrems. Eigentlich nicht. Extrems. Achso, DC, du willst hier weg, oder was? Hier weg? Warum weg? Ja, du hast doch gesagt, Marcel, switch me mal. Hast du die ganze Zeit gesagt. Ja. Jetzt aber nicht mehr. Marcel, dein erster Nickname hat Extrems gewassen. Ich muss mit dir reden. Was hast du denn für ein Homie am Start, Alter? Ich habe keine Ahnung.